Hallo Tadesanu hier und willkommen zu Tag 4 und dem vierten Projekt des Mundkuchen Events und das ganze sieht folgendermaßen aus heute. Hotelkrankenstation ist ihre letzte Verteidigungslinie im Osten. Räumen Sie es und wir können die Versorgung sichern. Übernehmen Sie den Kontrollpunkt Hotelkrankenstation. Die Lohnung gibt es XP und eine Kranich Sprayfarbe. Da bin ich mal gespannt wie die aussieht. Ich wollte jetzt mal das Outfit zu komplementieren. Mal kurz die Maske abnehmen. Die Coyote sieht doch gut aus. Sieht aus wie der Hyäna Oberboss. So sieht der Hyäna Endgegner aus. Dann gehen wir mal zur Hotelkrankenstation. Die ist hier im Duty Series Square. Da wo wir gestern auch schon die Aktivitäten haben machen müssen. Das heißt direkt das ganze nochmal. Zack einmal hier hin und dann gib ihm. So da meine geliebte Bighorn mit dem nächsten Update mit Titel Update 22 nochmal richtig krass gebufft wird. Dachte ich komm, putze hier mit Hörnchen mal wieder raus. Und tackles den Kontrollpunkt mal schön damit. Ich liebe es einfach. Ich kriege tatsächlich mehr Kopfschussschaden noch und bekommt ein größeres Magazin. und wird damit nicht nur, die ist ja eh schon, ähm, die beste Burstwaffe im ganzen Spiel, keine Waffe die schnelleren Burst damage hat als die Bighorn. Oh fuck. Das soll ich nicht machen. Okay. Oh, schlingen wir uns hier durch. Okay. Oh, schlingen wir uns hier durch. Okay. Oh, wow. Oh, wow. Oh, du schön. Egal finde ich tatsächlich auch, dass hier ähm, ganz viele Gewehre in den vollautomatischen Modus kriegen. Also beziehungsweise jetzt vollautomatische Waffen sind. Wie bereits gesagt, ich würde mir wünschen, dass man die irgendwie umstellen könnte. Wir haben noch einen Elite-Konvoi da. Da, wo ist der denn? Alter. Manchmal ist echt drückt. So. Also hier vorne dürften die Letzten sein. Oh. Oh. Okay. Warnchen ist einfach super. Oh. 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 Die Kranischfarbe. Schau mal direkt mal an hier. Ah, okay. Das ist eine Waffentarnung. Ich dachte schon, ich bin doof und hab nicht gefunden. Also. Ja, schaut's euch an. Im Mondkuchen-Style. Passend natürlich zu der Jacke und zum restlichen Outfit. Ah, zack. Ja. Ja, wem's gefällt. Sehr nice. Ja, und das war's von mir, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abo, Like da. Schreibt gerne auf Twitch und posten im Discord vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020